Ich nehme euch mit nach der meist spektakuläre Pinguinanlage der Welt. Planet Pinguin in Loro Park Tenerife. Wir kommen herein, sehen Humboldt-Pinguine in eine super Anlage. Wir gehen dann in den größten Kühlschrank der Welt, wo 200 Antarktika-Pinguine leben, wie Königspinguine. Sehen unterwegs noch Papageitaucher und dann wieder die Humboldts, die zusammen mit Fischen gehalten werden. Na, das kann man nur genießen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020